Ich habe mein Ziel erreicht. Hier müsste es irgendwo sein. Ah, ich denke mal ich habe es gefunden. Meine alte Heimat. An diesem Ort habe ich so viel Scheiß und Blödsinn gemacht, he he. Ich kann mich noch gut an die alten Zeiten erinnern. Aber egal, ich muss das finden wonach ich seit Monaten suche. Und es müsste sich hier befinden. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo in diesen Ruinen könnte es sein? Wo bloß? Hä? Hey, da stand doch gerade jemand. Vielleicht hat er das wonach ich suche. Ich muss diese Gestalt verfolgen. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Warten Sie doch. Bleiben Sie bitte stehen. Wo ist er hingelaufen? Verdammt, wo ist er hin? Aha, hab ich nicht. Hey, sie. Ich möchte nur reden. Können Sie bitte aufhören. Ähm, oh. Was ist das für ein Ort? Und was ist das denn in der Mitte? Einen Augenblick mal. Kann das sein? Bin das? Ich als Statue? Wart. Äh, stand diese Kiste schon vorher da? Oh Gott, vielleicht ist da drinnen das wonach ich monatelang suche. Ja, ich habe sie gefunden. Die verstaubten Kommentare meiner harten Community. Endlich kann ich sie beantworten. Juhu. Ja? Aber hey, Moment. Äh, warum liegt da drinnen ein Schneeball neben den Kommentaren? Weshalb ich es ebenfalls toll finde, wenn er wieder eine Folge rausbringt. Ich habe eigentlich auch einen Kommentar geschrieben und warte schon so lange auf eine Antwort. Ja. Ah, guck mal. Der Harte wacht auch mal auf. Moin Harte. War dein Nick rechen schön. Während du gepennt hast, haben wir uns überlegt, ob du nicht vielleicht Lust hättest, auf eine neue Folge zu machen, in der du die Kommentare wieder beantwortest. Ähm, öh, ja klar. Es gibt nichts Schöneres, als die Kommentare der Zuschauer zu beantworten. Alles klar. Geil Kuchen. Yummy, yummy. Endlich denkt jemand an mich und lässt mir einen Kuchen zurück. Ähm. Och nö. Das ist wieder nur eine Dekoration. Ach manno. Und das, wo ich genau jetzt Hunger habe, weißt du? Naja. Egal. Hallo Leute. Heute werde ich wieder ein paar Kommentare beantworten. Ich hoffe, ihr findet das geil oder so. Äh, hey. Tja, ist leider nur Dekoration. Ich bin auch schon zweimal reingefallen. Hey, hey. Okay, wo war ich? Ach ja. Mit meinem Smartphone werde ich nun die Kommentare. Ey, das ist schon wieder nicht mein Honey. Ach, verdammt. Egal, dann mach das eben, Klaus. Na los, Klaus. Alter, warte, fang an. Sonst gibt's prügelpfloprofragt. Besitzt du die Urheberrechte, eine Uhr aufzuheben? Lala la dip dip da dup dup. Äh, jetzt, wo du's sagst. Wo ist eigentlich meine Uhr? Hä? Äh, oh nein. Verdammt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Nein. Oh Gott, nein. Sie wollen also Urheberrechte beantragen? Ja, meine Uhr ist vorhin runtergefallen. Okay, Sie müssen aber bedenken, dass der Antrag eine Geldsumme von 80.000 Kartoffelcoins beträgt. Wie bitte 80.000 Kartoffelcoins? Ich glaub, es hackt. Ist das hier eine Verarsche? Es ist eben so. Ja, ja, ich verpiss mich, ihr verdammten Geld abzieht. Ciao. Hatte Silva 2080 kommentierte, ich bin mega froh, dich heute in der Gommuniti zu sehen. Ich war da mit dem Bankautomaten-Fan-Hatter-Skin. Vielleicht weißt du es ja noch. Ich war da mit dem Bankautomaten-Fan-Hatter-Skin. Ich war da mit dem Bankautomaten-Fan-Hatter-Skin. Roman Karp kommentierte, wie feierst du Ostern? Frohe Ostern oder so. Frohe Ostern, haha. Moment mal, wer bist denn du jetzt? Der Gen, 1999 kommentierte. Kannst du meinen Kommentar explodieren lassen? Herr Boritou 91 kommentierte. Hallo Herr Harte, was halten Sie von Boritos? Boritos. Davon muss ich immer ganz doll kacken. Ah, 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 scheiße, verpisst euch, ich muss scheißen achten, liebe Güte. Sehr zu kommentierte. Hilft ihr mir bitte? Ich weiss den Weg zur Toilette nicht. Diese scheiß Boritos. Erfolge einfach dem Geruch meines goldbraunen Schisses. Maxim kommentierte mit Hashtag Fragharte. Wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Der Name hat in irgendeiner Weise einen Sinn, mein Freund. Doch einen Moment mal. Ich habe doch schon mal diese Frage in einem anderen Frage-Antwort-Video beantwortet. Ehe, schau dir einfach dieses Video an. Da ist irgendwo diese Frage bereits beantwortet. Hihi. Ich bin so ein Genie. Dadurch schauen die Zuschauer nach diesem Video nur das Video an. Ich bin so eine Intelligenz-Bestie. Toxic kommentierte, für die, die die Frage gestellt haben, warum heißt du GTA 4 Harte HD? Die Antwort ist ganz simpel, weil er der Harte in GTA ist. Ja, du hast es erfasst. Aber es gibt auch Fragen wie, warum hast du GTA oder sowas. Ich kann es aber irgendwie auch verstehen. Guckt selbst. Wo hast du GTA? 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 Ah, Hilfe, so helft mir doch niemand um Himmels Willen. Endlich habe ich ihn los. Ich bin ein Hater in GTA und nicht von GTA. Entschuldigung, warum hast du eigentlich GTA? Nein, nein, nein. Nein, ah, 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 das kann doch nicht wahr sein. Ich bin an das YouTube kommentierte. Was ist dein Lieblingsrissen? Zum Beispiel Teddy Bärensteine und so weiter? Hey, du. Ja, genau du. Oder wie du dich auch nennen möchtest. Franjo, ich weiß noch genau an dem Tag als du kein Meloneneis mehr hattest, aber diesmal ist Schluss Ich, Will Meloneneis, ganz viel und weh, du lügst mich wieder an Franjo Zack Zack Meloneneis, sonst gibt's saures Franjo Meloneneis, Meloneneis, Meloneneis Ich möchte Meloneneis Du willst nicht reden Ich meine das ernst, ich möchte Meloneneis Es ist sehr warm Franjo, wir müssen alle mal was kühles zu uns nehmen Das musst du verstehen Du musst auch verstehen, dass ich Meloneneis sehr liebe, also ich sage das nur noch einmal, Franjo Mein Freund, gib mir endlich gottverdammtes Meloneneis, sonst setzt es was Och man, oh Meloneneis war wieder ausverkauft Bad Zenlord kommentierte, ist es wahr, wenn ich mein Quantenharmonisator an meine Photonin-Responanzkammer stecke Ich möchte, dass meine Cola dann um zu 0,001% versüßen würde oder meine Salami zu 10% würziger machen würde Oder kann es auch sein, dass ein Hamster explodiert Bitte gib mir eine Antwort, ich muss es wissen Das Virus kommentierte, warum heißt du eigentlich GTA 4 HD HD? Der Name hat in irgendeiner Weise einen Sinn Ausrufezeichen kommentierte, darf ich deine Maske haben? Die ist so sexy Was? Nein, niemals werde ich jemandem meine Maske geben, oder sie jemals ablegen Das wird in keinster Weise passieren Letztes wurde Herr Harter von Augenzeugen verfilmt, wie er ohne Maske vor der Bühne danzte Daraufhin haben die Augenzeugen ihn angesprochen, hier die Beweisvideos Bist du nicht dieser Herr Harter? Warum hast du deine Maske nicht an? Ähm, also das liegt daran Ähm, es ist halt eben sehr warm Und ich kann nicht die ganze Zeit die Maske anhaben Versteht ihr? Und jetzt lasst mich bitte in Ruhe Was hat Herr Harter vor? Was steckt hinter dem Mysterium des Haters? Werden wir es jemals erfahren? Salzbos kommentierte, meine Fragen sind Wirst du irgendwann mal wieder Minderkraft-Funny-Moments machen? Irgendwann bestimmt Ich habe diese Folgen auch immer sehr geliebt Jihi Melone 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 Und wieso hast du den Namen GTA 4 HD HD genommen? Hat das eine Bedeutung oder einfach nur Random? Danke für die Videos Der Name hat Frau Harter kommentierte Harte Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Bald kommen Gäste Och Mann, na gut Ich räume mein Zimmer ja schon auf Hä? Wie kann das sein? Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei Irgendwas stimmt hier nicht Ja, ich habe sie gefunden Die verstaubten Kommentare meiner Harter Community Endlich kann ich sie beantworten Aber hey, im Moment Äh, warum liegt da drinnen Ein Schneeball neben den Kommentaren? Das war die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.